Mehr als 700 Kinder. Naturwissenschaften und Chemie spannend präsentiert. Das ist die Kinder-Uni am Umweltcampus Birkenfeld in Kooperation mit den Chemieverbänden Rheinland-Pfalz. Teufel und Engel im Wettstreit, moderiert von der Hexe. In einer 60-minütigen Chemie-Show zaubern die Mitarbeiter des Umweltcampus ein Leuchten in viele Kinderaugen und spektakuläre chemische Reaktionen auf die Bühne. Nach diesem motivierenden Beginn haben die Schüler viele Möglichkeiten, sich in Kleingruppen mit ganz unterschiedlichen naturwissenschaftlichen Themen zu beschäftigen. Zum Beispiel mit der Solarenergie. Sie lernen, wie ein kleines Solarkraftwerk entsteht. Wir bieten am Umweltcampus in Birkenfeld die Kinder-Uni an, um mit den Schulen frühzeitig in Kontakt zu kommen und die Kinder für Chemie und Technik zu begeistern. Die Freunde der Fachhochschule, der Nationalpark Hochwald Hunsrück und die Abfallwirtschaftsbetriebe Birkenfeld unterstützen das Projekt. Hier lernen die Schüler, wie eine Biogasanlage funktioniert. Ziemlich einfach, wie dieses Beispiel mit Trinkflasche und einem Gemisch aus Grünabfällen, Zucker und Wasser zeigt. Es dauert nicht lange und schon bilden sich darin Gase. Wissenschaft und Chemie attraktiv verpackt. Vielleicht hat die Kinder-Uni bei einigen Schülern ja das Richtige bewirkt. Ich will auch zaubern lernen und Chemie studieren.